Vor oder seit. Ergänzen Sie die richtige Präposition. Ich habe vor zwei Minuten den Computer angemacht. Fertig. Du hast vor sieben Stunden das Mittagessen gekocht. Fertig. Die Frau arbeitet seit 14 Jahren für unser Unternehmen. Nicht fertig. Wir haben vor zehn Monaten Urlaub in der Türkei gemacht. Fertig. Ich rede seit einer Viertelstunde mit dem Chef. Nicht fertig. Sie haben vor ein paar Minuten Kuchen gegessen. Fertig. Opa hat vor drei Stunden Sport im Park gemacht. Fertig. Fertig. Sie telefonieren. Sie telefonieren schon seit Stunden mit Ihren Freunden. Nicht fertig. Sie spielen seit 45 Minuten Tennis. Nicht fertig. Du sitzt seit drei Minuten in diesem Sessel. Nicht fertig. Nicht fertig. Sie LGT sie telefonieren. import who will be the first person po AVC tokus. You're not. Oder sie deposiere das paar Minuten. Und sie uploaden Midiand daueres Schwein gut zu ver fl Reedus. Du hast vor acht Monate ein Baby bekommen. Fertig. Ihr seid schon seit einer Stunde im Bad. Nicht fertig. Ihr habt vor ein paar Tagen eure Freunde besucht. Fertig. Ich war vor zwei Monaten sehr wütend auf dich. Fertig. Du wartest jetzt schon seit 20 Minuten am Bahnhof. Nicht fertig. Ich habe vor zwei Stunden Bratkartoffeln mit Spiegelei gegessen. Fertig. Gut gemacht. Ja. Ja. Ja.